ARD Text im Auftrag von Funk Hey du! Ja? Willst du etwas einkaufen? Ich habe etwas dabei. Weisst du ehrlich? Komm und zeig dir mal meine Ware. Schau mal hier rein, Alter. Willst du ein bisschen Wackelpudding kaufen, Alter? Was ist das? Zehn Dollar. Zehn Dollar. Zehn Dollar. Zehn Dollar. Zehn Dollar. Ey, zuerst zahlen! Ich bin gerade die ganze Zeit rumgeschraubt. Wegen diesem guten Morgen können wir da gehen. Wackelpudding. Ich hoffe nicht, dass es geht. Sonst gibt es keinen Kuchen. Es gäbe sowieso keinen Kuchen. Aber es gibt keinen Kuchen. Also Serich, wo geht es heute hin? Bitte geht es auf die Baustelle. So, aber wir fahren jetzt mit dem Wasser. Mit dem geilen Auto da hin. Ah! Das ist ein Jelly am Boden. Ein Jelly aus dem Schissen. Wir haben eine Ampel dabei. Oh shit. Es darf niemals fahren, wenn wir... Nein! Oh, diese Ampel. Okay, wir sehen sie, wie man dort ist. Ja! Eine Ewigkeit später. So, Serich. Da sind wir jetzt schon fast hier. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ich weiss es nicht. Okay. Da gibt es eine Baustelle. Es sind nachher eine Baustelle. Oh, Serich! Serich! Nein, häng dich mal dran. Häng dich mal dran. Oh, jetzt Spass. Ja, mega. Schwing mich mal rum. Oh! Au! Bye! Ah! Bye! Take resource back to one of the highlighted walls. Second. Take a hammer and hit the wall. Sprachen lernen, babbel. Three times to build it. Das war's. Interessant. Let's go, Ale. Accept the job. Oh shit! Okay, wir haben hier Benzin. Sprachen lernen, babbel. B-b-b-b-b-b-beton. Let's go. Ah, das sind sechs Minuten. Wir haben für das zwei... Nein, zwei Sekunden, Ale. Wir sind ja zu zweit. Okay. Hier, äh... Bam, bam, bam. Und... Nein! Oh mein Gott. Da fehlt noch etwas. Ausser Druck. Wir müssen noch nicht fertig. Wir müssen... Wir müssen... Ja. Okay. Und jetzt... Hammer nehmen. Grab a hammer. Wieso hat das noch übrig? Wo kommt das hin? Egal. Hammer! Hammer, los! Hammer, was die Zeugs haltet. Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Es ist... Schwannend. Mach kaputt! Oh! Oh! Hey, Alter! Und wir bekommen einfach... Das tut's. Das ist jetzt das Bauen. Wir bezahlen die, Alter. Auch wenn es echt nicht schwer aussieht. Oh mein Gott! Good World. That's a mighty fine house. Ja, warum, Alter? Die legen wir... Ähm, dort hinten hat's Autos, wo wir dort sitzen. Autos mit Fahrklücken. Und... Rennt an. Hallo! Warte, hilf dir! Ja, warte, ich... Nein, warte, hey! Und... Oh, oh, der Helikopter! Und rennt an! Ehhhhhh... Okay, nächste Mission. Use a tool to your choice to destroy the house. Direkt! Wir machen das jetzt kaputt. Kaputt machen! Mach kaputt, Alter! Oh, Alter! Aber mach nicht alles kaputt. Wir müssen auch ein bisschen eine Tente brauchen. Okay, warte, 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 warte. Da hinten habe ich das TNT platziert. Achtung! Ich bin bereit machen für die Explosion. Ja! Bist du bereit? 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 Alter! Nein! Alter! Du hast mich einfach geschmissen, dass es kaputt ging! Jamie! Jetzt lassen wir die TNT raus. Mach kaputt, das Ding! Zündung! Ja, das TNT explodiert! Aaaah, TNT! Au! Ähm... Dein Geld tut mir leid. Ja. Vier auch. Oh Mann... 2000 Jahre später. Also, we recycle all our building materials. It helps keep coasts down. Haben das alle jetzt verstanden? Nein. So, first, take rubble from the old house and place it in the recycling machine. Second, jump on the chair to begin the recycling process. Third, take finished resources to the marker area. Sprachen lernen. Bubble. Accept. Let's go. Also, Materialien ... Kom. Setz sie schon mal her. Oder komm. Nimm, 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 nimm. Materialien drauf. Zwei Materialien. Halte. Das macht Spass. Cool, im Fall. Okay, was muss ich machen? Ja, halte! Nice thing. Nein, Mann ... Das ist aber bescheissens Minigame. Man kann das mit dem Holz schneiden oder was? Ja. Waschmaschinen! Oh, waschmaschinen! Alter, jetzt geht es noch! Oh nein, ich bin jetzt auf dem Holz. Ich bin auf dem Holz, ich bin auf dem Holz. Perfekt, ich bin auf dem Holz. Und, Schnitt. Scheisse, das habe ich nicht geschafft. Schlaft! Ah! Zwei Stunden später. Nein, ich schneide auf dem Holz. Ich bin nicht im Video am Schneiden. Wenn ich gerade am Schneiden bin, nicht im Schnitt. Schäme ich im Schnitt, ich kann nicht im Schnitt. Okay, ich habe das Holz. Oh, ist das schwer. Es ist ja fast, dass der Sedrick auf der Gabel hat. Hallo! Also, ich bin mit meinem Teil fertig. Ja, ich nicht. Ich komme! Okay, bist du bereit? Achtung, Achtung, Achtung! Oh, shit! Oh, shit! Perfekt! 50 Dollarinos. Was? Was nimmst du jetzt meine Dollar von vorne? FIFA Wenn du jetzt ein Ehrenmann wärst, könntest du deine auch wegkönnen! Nee, ich bin kein Ehrenmann. Geld rein. Und ich sag Tschö mit euch! Danke fürs Geld. Hallo! Unfall. Tschöüs! Wenn ich nicht von deinem Geld bekomme, dann kannst du investieren. Aber bestimmt das Video nicht. Okay, da isttschigiii! Komm Jaime! Let's go! Ah, du Pisser! Hey! Wenn du da nicht vorsichtig... Hey, 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 hey! Ich glaube es hackt. Es hackt nicht, nein. So hat's ja schon lange den Apfelstock gegeben. So, dann wird jetzt hier ihr Geld hingetan. Dann steigen wir den aus. Ich sage mal, ich hackt's bei dir. Dann tun wir hier einmal einen 50er, und einen 38er und einen 30er und du hast einen 50er und einen 38er. Da sage ich vielen Dank für das Geld. Danke, dass ich danke. Hey, jetzt muss ich hier die Kommunalisation machen. Okay, okay, okay. Du bist jetzt mein Kanal und du hast bis jetzt das Meiste gemacht. Nein, er heisst nicht mehr. Du hast meinen eigenen Kanal. Geht nicht vorbeischauen bei ihm. Ich wünsche euch einen schönen Tag, geilen Tag. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, oder wenn es euch nicht gefallen hat, ist mir egal. Dann wünsche ich euch einen ganz geilen Tag. Tschüss. Tschüss.